was geht ab hier zu willkommen bei einem neuen video und wir machen heute das idee von goku und vegeta let's go aber wir gucken mal wer ist effektiv artificial lifeform extreme super charakter ok alle rein bei mir ist das problem ich habe kein artificial lifeform leader das heißt ich könnte den ihr könnt natürlich den free cell holen artificial lifeform aber ich habe mir einfach majin power und power of absorption habe ich zusammengebaut und die sind alle in beiden kategorie also auch eine artificial lifeform so sieht mein team aus rein da was für majin ja die sind halt alle in artificial lifeform drin nur halt ich habe kein leader leider ich habe ich habe den bu nicht wo kann ich als friend nehmen auf jeden fall das stimmt kann ich ja zwischendurch noch nehmen dann erstmal durchwaschen ja mann wenn der also wenn gut 7,5 millionen raus hat dann wird das nicht so schwer. Speedrun is a echt? jedes taunen wird gebraucht ey 5,1 mille wäre natürlich geil also ich habe nichts dagegen agel perfekt agel werden wir sowas von weg klatschen ja der schaden ist krank ne muss einfach mit der sel junior wieder spielen ja ach stimmt der geht auch noch ne hab keinerlei buhahn ja ja evo würde ich annehmen boah evo wäre auch geil mann aber wir haben ja coins wenigstens coins haben wir das ist schon geil 15 bei der mezzeno bekommen ey jetzt flexen die hier rum Junge ihr macht euch sehr unbeliebt 7,5 joh halleluja alter speedrun ey die haben extrem viel leben kann das sein also der goku bis jetzt auf den äh bläh schon wieder äh diese lost hmm rainbow annehmen aber mit unserem team geht das ja ich habe leider kein äh artificial life form dafür musste ich mir margin power äh maschinen absorbsch absorbsch margin absorb margin up ne absorbspower genau absorbspower yo wieder lost wir wollen hier speedrun machen speedrun bestimmt noch ne stunde hmm ey buffbu richtig geil buffbu gegen vegeta one hit yo let's go shiny verschwindet für 2-3 stunden man kennt's update aber jetzt sind die zwei hier okay jetzt könnte es bisschen schwieriger werden ne na crit let's go mit crit sogar nicht beendet das event ist bisschen schwieriger und wir sind äh stage 22 ne die haben ja extrem viel leben ne kitbo komm boah 5 gemacht ey kitbo ist so geil ich schneide nachher so chaos ich schneide einfach die chaos früher war das so ich hab 17 mal mit geholt aber dann ja pro stage so ein zwei angriffe fertig aber jetzt die neuen event ersten slot keine ahnung 10 angriffe fertig passiv aufgebaut 3,8 okay du wärst mich nein du heißt oh also zweimal seno einfach nur lolli vegeta der schon fast down ist okay koko ist down ich wünschte ich wünschte es wären noch mehr stages mit stones hier die stage stone jetzt haben jetzt kriegen wir zwei stones oder was ich hab gar nicht aufgepasst moment zwei stones geil das macht doch spaß das macht doch spaß sammelt ihr bei vedel habt ihr bock wenn die jetzt nach jubiläum oder vor dem jubiläum können würde ja das problem ist genau wo spielt man die ne truf zeigt die auch immer auf 100 prozent wenn nicht sammeln ich sammle die doch nicht auf 100 prozent alter was denn da los und deshalb der zeigt die ja immer auf 100 prozent und dann ja klar best unit und so aber der truf überrascht überrascht übertreibt mit jeder jedem charakter neuer charakter best unit in the game oder ach verdammt ich bin immer noch nicht auf vegeta was ist denn los wieder los so komm hau guck weg dann gehen wir wieder auf vegeta ja easy weg damit 3,3 5,2 krit ey junge so welch da sind wir 28 ja perfekt ey krit nochmal ey what the holy shit ah ja dafür ist selda sehr sehr gut ey wir werden fast verreckt was denn da los ok die letzten stage bisschen ich darf ja nicht so schnell super attacken alle über den falschen ok weg mit dir jetzt müssen wir jetzt stage 30 oder 29 oh game over holy shit no ich hab nicht aufgepasst wer hat auf die fresse bekommen wer hat auf die fresse oh hier 100% 100% who thanks aber was denn hier los gucken wir einfach auf die fresse ist ok aber wenn double digits kommen dann ist ok das heißt auch nur essays aufpassen ne und nächste runden cell drin lassen glaube ich damit wir uns hier zur not ich glaube es wäre besser einen auszuschalten und dann den anderen zu übernehmen ne weil so wenn ich hin und her hüpfe ist das halt problem ok let's go transformation hauen wir ihnen sowas sagst komm zu mir ja ha 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 mach doch einfach mal alle die protection offen von deinen units wenn er jetzt krit setzt dann ist er rippt oder super 17 beendet das einfach aber normalerweise nicht ne der hat doch viel leben ja hätte er additional rausgenommen ja komm bohan ja schmeiß rüber das ding duuuu drüber geschmissen naaa what ok additional wieviel schaden äh mach doch mal äh so ein midi schaden ok typen nachteil 110 ey dritte additional du willst es wissen ha 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 bohan mach doch mal endlich fertig mit den Rischen na immer noch nicht holy shit gib ihm einfach 100k hm sehr geil ist die gib ihm jetzt gib ihm crit auch 100k ey what gib ihm dreimal 100k einfach was für ein schaden ey maschine so wir haben es geschafft sehr gut perfekt und damit können wir oh zodiak 100% boothangs wird angenommen haben wir es geschafft perfekt alle easy ein und dann nachher showcase raushauen let's go